Hallo, heute sprechen wir über den Top 5 besten Keyword-Test. Für weitere Informationen zu den Produkten habe ich die Links im Beschreibungsfeld unten eingefügt. Lass uns anfangen. Beginnen Sie unsere Liste mit Nummer 5. Die günstige Babywippe von Haug war die zweitgünstigste im Test, die es in die Liste der besten Babywippen in 2022 geschafft hat. Sie verfügt ebenfalls über einen Spülbügel, hat eine mehrfach verstellbare Rückenlehne, ein schönes Bezugsdesign und verfügt ebenfalls über Tragegriffe. Die Rückenlehne ist zudem höhenverstellbar. Jedoch machte die Funktion im Test einen etwas wackeligen Eindruck, sodass befürchtet werden muss, dass nach häufiger Beanspruchung hier ein Defekt eintreten könnte. Die günstige Wippe hielt trotzdem, was sie versprach, denn es wurde ein fester Stand gewährleistet und es entstand zu keinem Zeitpunkt eine Kippgefahr. Einzig die Gestaltung der Liegefläche war nicht ganz optimal. Eine ergonomische Liegeposition lässt sich hier kaum einrichten. Aber zum Schlafen ist die 2,6 Kilogramm schwere Babywippe auch nicht gedacht. Insgesamt erhalten Sie mit der 635.025 eine robuste und günstige Babywippe, die Ihr Geld auf jeden Fall wert ist. Auf Nummer 4 Ihr Baby wird die traumhaft weiche Babywippe lieben. Hier wurde auf alles geachtet, viele Texturen, schöne Bestickungen, verstellbare Gurte, ein abnehmbares und weiches Kissen. Überzeugen Sie sich selbst. Der Babygob hat eine beruhigende Wirkung auf Ihr Kind und sorgt gleichzeitig für Unterhaltung und Spaß. Mit zwei Plüsch-Spielzeugen hat Ihr Baby auch immer zwei Treubegleiter dabei, mit denen es spielen und sich unterhalten kann. Genießen Sie pure Entspannung mit den 5 beruhigenden Natursounds und passen Sie die Lautstärke nach Ihrem Wunsch an. Schließen Sie das USB-Anschlusskabel ganz einfach an und lassen Sie die beruhigenden Töne erklingen. Wählen Sie den passenden Sound. Über die hochwertigen Lautsprecher wird die klare Melodie wiedergegeben. Dank der Plus- und Minus-Taste können Sie die Lautstärke im Handumdrehen anpassen. Für mehr Informationen, schau dir die Beschreibung unter dem Video an. Auf halbem Weg unsere Liste auf Platz 3. Die günstige Babywippe 600 1217 von United Kids ist relativ einfach gebaut und wirkt auf den ersten Blick recht unspektakulär. Den Anspruch, spektakulär zu sein, hat sie aber auch nicht. Sie ist vor allem eins, eine gute und günstige Babywippe. So konnte sich das Modell im Test als Preis-Leistungstest-Säger durchsetzen. Denn die Wippe kommt ohne Schnickschnack daher, weist aber eine robuste und sichere Bauweise auf, verfügt über eine weiche und schmutzabweisende Auflage und die Verstellung der Rückenlehne funktionierte gut und ging leicht von der Hand. Außerdem wurden die Bewegungen des Babys in angenehme und gleichmäßige Wippbewegungen umgewandelt. Wie das Modell von Kiko auch, verfügt die 600 1217 Übertragegurte, die den Transport vereinfachen. Mit einem handlichen Gewicht von 2,5 kg und Abmissungen von 75 x 50 x 29 ist sie insgesamt etwas größer als die Easy Relax. Das ist gleichzeitig auch eines der wenigen Nachteile. Denn die Wippe ist für ein Gewicht bis 9 kg zugelassen, ist aber eigentlich dafür sogar etwas zu groß, so dass aufgrund des tiefen Sitzpolsters und der breiten Liegefläche etwas an Ergonomie eingebüßt wird. Das Baby liegt nicht ganz so perfekt, wie in den Wippen von Kiko oder BabyBurn. Bei Nummer 2 Das Modell Easy Relax von Kiko ist die zweitteuerste Wippe im Test und konnte sich gleich hinter dem Testsieger platzieren. Die Wippe konnte am Test durch die Stabilität überzeugen und die gute und ergonomische Liegeposition des Babys. Im Vergleich zum Testsieger ist der in vier Farben erhältliche Bezug aus Polyester und die Wippe wiegt insgesamt nur 2,7 kg, ist also deutlich kompakter. Die Gesamtmasse betragen 78 x 43 x 27 und die Belastbarkeit ist herstellerseitig mit 9 kg angegeben. Die Angabe erwies sich im Test auch als sinnvoll, denn sobald das Baby sich aufrichtet, wird durch die Verlagerung des Schwerpunkts ein Umkütteln leicht möglich. Dennoch konnte die Easy Relax, die in drei verschiedenen Positionen fixiert werden kann, im Test überzeugen und machte insgesamt trotz der kompakten Bauweise einen robusten und langlebigen Eindruck. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste. Die Babywippe von BabyBurn konnte am Test vor allem durch zweierlei Dinge beeindrucken, Stabilität und Design. So sieht die Balance Soft nicht nur modern und stylisch aus, sondern ist auch sehr robust gebaut und toll durchdacht. Die Liege lässt sich in vier Positionen einstellen, spielen, ruhen, schlafen und für den Transport. Zum Transport lässt sich die Babywippe komplett flach zusammenklappen. Außerdem ist die in zehn verschiedenen Farben lieferbare Bierbaumwollbezug leicht abnehmbar und kann in der Waschmaschine gewaschen werden. So ist es auch nicht so schlimm, wenn mal etwas daneben geht. Die Bewegung des Babys wird sehr gut in eine gleichmäßige Wippbewegung umgewandelt, bei der die Balance Soft aber nie den Eindruck erweckt, dass sie zu kippen drohe. Die Wippe eignet sich für 0- bis 2-jährige Babys, hat ein Gewicht von 13 kg und misst 89 x 39 x 58 cm. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal.